Hallo liebe Leute, jetzt spielt U8 und wir sind bei Waff und es beginnt. Das ist ein paar Punkte zusammen mit dem Spiel. Wir haben den Ball. Und die Gegner hatten den Ball und der Lorenz und die Gegner hatten über den Tor geschossen. Wilmer hat ein Tor geschossen. Und der war draußen. Der Felix hatte den Ball. Der Felix hatte den Ball und der Alex hatte den Ball. Der Felix passt zu dem Alex. Der Alex hat den Freunde und der Torwart haben den Ball gehalten. Der Felix passt zu dem Alex. Der Alex schießt ein Tor. Er schießt 3-0. Und die Gegner hatten den Ball. Er schießt 3-0. Und Alex schießt. Und der Ball ist draußen. Der Tor von Kolomi hat den Ball gehalten. Er schießt 4-0. Er schießt 4-0. Der Torwart hat den Ball. Der Torwart hat den Ball. Er schießt 4-0. Der Torwart hat den Ball. 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 schießt und mit hinaus schießt der thorn hält den bart und der felix der felix schießt tor ist die 15 0 danke die und niemanden die noch hier für der alex hat den ball schießt aber war nicht abgefehlt 39 hat den ball das aktie das ist das andere schießt tor 60 und der gott ist die gemeldung sagt sie ich meinte das sagt sie flankt der thomas der zölf der wald aus schießt der tor hält und er war ein strainer 7 zu 0 zu sagen der durchsicht 8 0 was da kommt der man selbst schießt 90 sie passen auf das ist das andere Sander nimmt den Ball an. Nenon, 2,0. 10,0. Gebrallt. Der Faxi läuft den Ball. Drill, pack. Der drübel, seit Weg drübelt. Der Alex steht genau im Weg, aber schießt und trifft noch. 11,0. im weg er hat alle macht die flanke 12 12 0 Korra gewinnt 12 zu 0. Das Spiel ist zu Ende.